hallo meine lieben heute gibt es wieder ein hilfe zur selbsthilfe video aber vorher eine kleine süße aufnahme von murka als ich hier gerade aufgebaut habe da bin ich wieder und ihr werdet ja am titel schon gesehen haben worum es heute in diesem video geht nämlich um stuhlgespräche tatsächlich um stühle oder sessel oder andere sitzpositionen auf denen du abwechselnd platz nimmst inspiriert wurde ich wieder unbeauftragte werbung von diesen therapie tools büchern resilienz inspiriert dazu dass wir heute zu diesem thema kommen aber ich verwende das schon ziemlich ziemlich lange in meinen coachings weil ich das selber in der therapie die ich gemacht habe es war eine traumatherapie da habe ich das auch gemacht eben diese stuhlgespräche also auch geführt und ich war begeistert davon und setze es deswegen auch unglaublich gerne ein hier in diesem buch geht es darum dass man dieses stuhlgespräch mit sich selber führt aber man kann es super vielfältig einsetzen das heißt du kannst dieses stuhlgespräch eigentlich mit jedem führen den du dir vorstellen kannst oder auch zum beispiel mit deinem inneren problem oder mit deiner krankheit führen sei es angst depression und so weiter das ist das tolle daran dass es super flexibel ist und auch wenn du das gespräch mit einer anderen person führst dann muss diese person auch nicht tatsächlich da sein sie muss nicht mal mehr am leben sein damit dieses gespräch führen kannst aber ganz wichtig als kleiner disclaimer hierzu oder als info bitte führe diese stuhlgespräche nur wenn du dich stabil dafür fühlst und bitte auch nicht bei wirklich traumata oder starken problemen die einfach in die hände einer eines facharztes einer fachperson gehören ja also guck ein bisschen weg das mal für dich ab diese hilfe zur selbsthilfe ist immer dafür da entweder therapie begleitend ja oder wenn du dich eben stabil genug fühlst oder wenn es kein riesiges problem ist oder keiner schwerwiegende erkrankung ansonsten bitte immer in der therapie gehen das absprechen mit einem psychiater deinem psychotherapeuten deinem heilpraktiker etc wo auch immer du gerade in therapie bist aber diese hilfe zur selbsthilfe sie ist eben kein therapie ersatz und sollte immer nur dann angewendet werden wenn man wirklich seelisch und körperlich stabil genug dafür ist ganz 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 wichtig die stuhlgespräche kommen ursprünglich aus der schematherapie und ich kann euch da auch einen super guten buchtipp geben nämlich dass es das hier andere wege gehen das habe ich mir vor ich glaube drei jahren habe ich mir das ungefähr gekauft das war so im zuge oder nach meiner traumatherapie und das ist so ein bisschen erklärt im ersten teil was ist eigentlich diese schematherapie was sind diese inneren anteile die wir haben zum beispiel der gesunde erwachsene dann so dieser kritisierende innere kritikeranteil dann das innere kind also was was sind diese anteile woraus setzen sich zusammen warum sind sie da was passiert dabei in uns und im zweiten teil dann wie können wir damit arbeiten wie können wir es aufarbeiten entweder so ein bisschen als blick ist die schematherapie was für dich oder eben auch als hilfe zur selbsthilfe buch also das ist ein ganz kleines bücheln aber ich finde das ist super toll mir hat es richtig richtig gut gefallen deswegen setze ich es euch mal in die video beschreibung also ich habe diesen kauf nicht bereut ich habe schon viele male weiterempfohlen und auch sehr sehr gutes feedback dazu bekommen und vielleicht kennt ihr den ein oder anderen schematherapeuten vielleicht wart ihr schon bei einer schematherapie ich habe es schon bei einigen therapeuten gesehen dass sie dann wirklich verschiedene stuhl settings haben zum beispiel eine ecke wo man sich hinsetzt mit seinem inneren kind eine ecke wo man sich hinsetzt mit seinem inneren kritiker eine ecke wo man sich mit seinem gesunden erwachsenen ich hinsetzt ja also die wirklich da verschiedene aufgebaut haben es müssen aber gar nicht verschiedene settings sein das einzige was wichtig ist dass du wirklich zwei verschiedene sitzmöglichkeiten hast also wo du dich dann wirklich umsetzen kannst das können aber trotzdem die gleichen essstühle zum beispiel sein ja es geht nur darum dass wirklich zwei verschiedene sitzmöbel da stehen das kann sessel und sofa sein es kann ein hocker und das bett sein das können eben zwei esszimmerstühle sein oder 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 ein schreibtischstuhl etc pp wichtig ist nur dass du dich umsetzen kannst stell diese beiden sitzmöbel dann bitte so auf dass sie sich einander gegenüberstehen so wie als würdest du eben ja mit jemandem wirklich ein gespräch führen als würdest du auf dem einen stuhl sitzen auf dem anderen stuhl eben jemand anders und ihr euch ansehen können und ein gespräch miteinander führen und dann setzt du dich auf die erste sitzgelegenheit entscheide ich einfach dafür welche das ist da sitzt du du der du jetzt hier bist so wie du jetzt gerade bist und auf die anderen auf den anderen stuhl setzt du entweder dann im weiteren verlauf dich selber wenn du mit dir selber ein gespräch führen möchtest mit deinem auch aktuellen ich oder du kannst einen inneren anteil von dir darauf setzen zum beispiel dein inneres kind deinen inneren kritiker vielleicht irgendetwas anderes was dich geprägt hat irgendwas was was ja ganz ganz oft in dir ist was mit sich mit dir unterhält oder ein anteil wo du merkst da bist du entweder nicht in balance oder in harmonie mit oder das ist ein anteil der die vielleicht rat geben könnte oder mit dem du irgendein problem klären möchtest oder du setzt zum beispiel einen krankheitsanteil von dir dorthin zum beispiel wenn du unter ängsten leidest dann kannst du deine angst dort hinsetzen und dich mit einer angst unterhalten oder was man auch sehr oft machen kann ist dass du dort tatsächlich eine andere person hinsetzt mit der du etwas klären möchtest bei mir war es zum beispiel damals mein verstorbener vater mit dem ich noch viel viel klären wollte und musste und was unglaublich gut getan hat mit dem ich aber ja da er verstorben war nicht mehr wirklich ein echtes gespräch von person zu person führen konnte es kann aber auch jemand sein der noch lebt und wo du einfach angst hast dieses gespräch mit der person in persona zu führen oder wo du vielleicht schon vorher mal üben möchtest oder vielleicht es einfach nicht so leicht möglich ist mit der person sich zu unterhalten und du auf diese art und weise vielleicht ein problem oder ein streit klären möchtest schreib dir gerne auf mit wem du dieses stuhl gespräch fühlst mit wem oder was ich werde auch für meine kanal unterstützer patreons und steady unterstützer das wieder als ein work sheet zur verfügung stellen das was sie ausfüllen können aber du kannst dir einfach einen zettel und stift nehmen und einfach aufschreiben das datum mit wem oder was führst du dieses stuhl gespräch und dann fängst du einfach an indem du dich auf die eine sitzgelegenheit setzt sitzgelegenheit 1 oder sitzgelegenheit a und das problem adressierst oder dieses gespräch beginnst mit dem gegenüber was du dir ausgesucht hast und wirklich einfach mal frei heraus lässt was du sagen möchtest wenn du dieses gespräch mit dir selbst führst dann red einfach mal los was du über dich selbst denkst was deine gefühle sind was deine probleme sind was dich glücklich macht lass einfach mal alles raus wo du das gefühl hast das möchte ich jetzt über mich sagen das möchte ich adressieren das ist gerade wichtig das soll raus das will raus oder wenn du zum beispiel mit deiner angst oder einem anderen krankheitsanteil von dir sprichst dann lass auch da einfach mal alles fließen was gesagt werden will was vielleicht deine probleme sind was dir schwer fällt was dich schwer macht was du vielleicht nicht verstehst was du hinterfragen möchtest wie deine gedanken wie deine gefühle dazu sind auch einfach mal alles raus lassen was raus will was gesehen was gehört werden will wenn du da eine andere person hinsetzt dann adressiere natürlich das thema was du jetzt aufkommen lassen willst vielleicht ein streit oder ein kritikpunkt vielleicht irgendwas was du dieser person schon lange einmal sagen wolltest vielleicht sind es ja auch gute dinge vielleicht ist da zwar streit oder lange schon stillschweigen zwischen euch aber vielleicht möchtest du einfach mal all das sagen was gut ist oder auch in einer partnerschaft oder sowas was auch immer da ist was in dir brodelt und was raus will was auch immer thema ist was du adressieren möchtest du kannst jetzt alles rauslassen und falls du im vorfeld übrigens merken solltest oder schon ahnen solltest das wird sehr sehr emotional für dich das wird sehr sehr schwierig für dich da könnte sehr sehr viel hoch kommen dann verweise ich noch mal darauf hin vielleicht möchtest du das mit professioneller Hilfe machen mit einem Facharzt mit einem Psychologen oder ähnliches ja also weg das wirklich für dich ab oder auch wenn du damit anfängst und merkst oh ich verliere die Kontrolle darüber lass es sein such dir jemanden der das mit dir zusammen macht der sich damit auskennt oder manchmal kann es auch einfach hilfreich sein wenn man einen Freund wenn man eine Freundin dabei hat eine Person die einfach nur als stiller Beisitzer dabei ist aber wo man weiß okay das gibt mir ein bisschen Sicherheit die kann mich auffangen aber auch hier wieder bitte wirklich in eigenem Ermessen wenn du irgendwie merken solltest du kannst damit nicht alleine umgehen es ist keine Schande sich professionelle Hilfe zu suchen ganz im Gegenteil ja es ist super stark wenn man das zugeben kann dass man jemanden braucht das ist ein ganz ganz wertvoller Schritt und wenn du dann an dem Punkt bist wo du gemerkt hast okay ich habe jetzt glaube ich alles raus gelassen ich bin an dem Punkt okay es fühlt sich gut an für mich jetzt soweit und es kann schon da sehr emotional werden auf jedenfalls darf auch emotional werden wie gesagt immer abwägen kannst du dich dabei selbst wieder auffangen dann wechselst du die Position auf den anderen Platz und antwortest dir selber vielleicht wenn du mit dir selber sprichst vielleicht gehst du dann mal in dieses wohlwollende in dieses supportive unterstützende dass du dir selbst also ganz wohlwollend gesinnt bist du sollst dich wenn du mit dir selber sprichst du sollst dich nicht selber kritisieren du sollst dich nicht fertig machen du sollst dich nicht runter machen auf gar keinen Fall sondern wenn du mit dir selber sprichst dann stell dir doch mal vor wie wäre das denn wenn du mit jemandem redest der dir ganz wohlwollend gegenüber ist oder wenn da jemand sitzt dem du ganz wohlwollend gegenüber bist vielleicht eine liebe Freundin vielleicht Bruder, Schwester, Familienangehörige wie würdest du da reagieren wenn dir jemand so offen etwas erzählt und begegnet dir selbst mal ganz verständnisvoll ganz mitliebend, mitfühlend, ganz unterstützend, ganz liebevoll ja und antworte dir darauf und dann wechsel so oft hin und her wie du das Gefühl hast, dass es für dich wichtig ist geh wieder darauf ein auf diese liebevollen, unterstützenden Worte was macht das in dir wo kannst du das in dir annehmen oder wo hast du noch Widerstand und dann geh wieder in den liebevollen Anteil und sprich da mit dir selbst in meinem Hin und Her oder wenn du eben mit einem Teil deiner Erkrankung sprichst zum Beispiel mit deiner Angst dann lass die Angst einmal antworten und dann wirst du vielleicht auch mal ganz interessante Blickwinkel zurückbekommen warum die Angst eigentlich da ist und was sie eigentlich damit bezweckt mit den Angstattacken oder mit den Gefühlen, die sie in dir auslöst und dann wechsel auch immer wieder hin und her und führ ein Gespräch mit deiner Angst und versucht mal auf eine gemeinsame Ebene zu bekommen versucht mal euch gegenseitig zu verstehen das ist jetzt natürlich noch sehr viel Theorie aber wenn man das erstmal gemacht hat und sich darauf eingelassen hat das ist unglaublich was da wirklich für Verständnis in einem aufkeimt und wie viel Verständnis man dann auch mal für die andere Seite bekommt auch wenn sie die andere Seite einfach nur ein Teil von einem selbst vielleicht ist oder eben auch wenn du mit einer anderen Person tatsächlich sprichst dann öffne dich mal dafür wenn du dich in diese andere Person durch diesen anderen Stuhl da hinein versetzt was da an Gedanken und Gefühlen in dir hochkommen was du dann vielleicht vielleicht mal verstehst was für andere Blickwinkel du bekommst und für mich war es damals unglaublich heilsam ich kann euch sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Stuhlgespräch ich habe unfassbar viel geweint es war unglaublich emotional und ich bin froh, dass ich es in diesem therapeutischen Setting damals gemacht habe heute wo ich ein Stück weiter bin innerlich oder gewisse Dinge aufgelöst habe kann ich dieses Gespräch auch ohne Therapeut führen aber damals war ich sehr sehr dankbar dafür dass ich dieses therapeutische Setting habe und möchte da auch für euch so offen sein zu sagen hey, ich habe damals das in der Therapie gemacht und ich bin froh darüber, dass ich es in der Therapie gemacht habe um euch auch zu zeigen, dass es nicht so viel man sich schämen muss und das hat damals so viel gelöst und ich habe damals so viel verstanden ich habe damals ja nur meinen eigenen Horizont gesehen aus meinem eigenen Blickwinkel und durch dieses Stuhlgespräch, wo ich am Anfang dachte, was soll das bringen aber durch dieses Stuhlgespräch konnte ich mich wirklich mal auch in die Sichtweise meines Vaters hineinversetzen und einfach gewisse Dinge mal von außen betrachten auch wie sie vielleicht rüber kamen oder was in mir dabei passiert ist, in meinem Vater dabei passiert ist was er ja damals für Erfahrungen und Möglichkeiten hatte wie das für ihn rüber kam etc. pp. und es hat mir so viel Frieden geschenkt und hat mir so vieles, so vieles in mir verändert und ja, es geht nicht darum, dass du einem anderen Menschen unbedingt alles verzeihen musst es geht auch nicht darum, Dinge zu vergessen es geht auch nicht darum, um irgendwem die Schuld zu weisen darum geht es gar nicht es geht nur darum, Dinge besser zu verstehen und vielleicht ein bisschen mehr Frieden zu finden einen anderen Blickwinkel auch mal zu bekommen wie gesagt, das ist gerade sehr, sehr viel Theorie und manche mögen sich vielleicht denken was soll das denn bringen aber ich habe das schon mit so vielen Menschen auch in meinen Coachings gemacht und es war wunderschön, was da passiert ist und manchmal reicht schon ein Stuhlgespräch aus um ganz, ganz viel zu verändern und manchmal braucht es viele kleine Stuhlgespräche um immer wieder so ein bisschen was um sich zu öffnen und zu verändern es kommt auch ein bisschen darauf an, was wählst du für ein Setting was wählst du für ein Stuhlgesprächspartner wie kannst du dich gerade öffnen wie tief ist es in dir verankert wie lange ist es schon offen das kann jedes Mal ein bisschen anders sein und es ist von Person zu Person unterschiedlich wir sind einfach da einzigartig jeder und jede Situation aber vielleicht, wenn du es dir zutraust wenn du meinst, du bist bereit dafür vielleicht versuchst du es dann einfach oder wenn du in der Therapie bist vielleicht magst du das einfach mal anregen dass ihr in der Therapie mal so ein Stuhlgespräch führt und einfach mal schaut, was dabei passiert und ich wünsche dir dabei eine ganz 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 wundervolle Erfahrung und eine tiefe gehende Erfahrung und wenn du, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr dazu mal euer Feedback geben möchtet dann gerne in die Kommentare damit und wenn du aber sagst, so hey, ich suche schon total lange nach einer Therapie aber ich finde einfach keinen Therapieplatz dann ruf doch mal bitte deine Krankenkasse an ich habe jetzt schon ganz oft den Tipp gehört und habe ihr dann deswegen jetzt auch schon weitergegeben dass mittlerweile viele Krankenkassen auch eine Hotline dafür haben um eben einen Therapieplatz zu finden ich kenne nicht die ganzen Hotline-Nummern deswegen ruf einfach vielleicht auch mal deinen Kundenbetreuer oder die Kundenhotline an und frag mal nach und zwar ist diese Hotline dafür da oder dieser Service dafür da dass die Krankenkassen eben Listen haben mit Therapeuten und freien Therapieplätzen in deiner Umgebung vielleicht auch mit deren Schwerpunkten zum Beispiel Schematherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie etc. und dass du da einfach mal dich erkundigen kannst hey, ich habe das und das Problem ich suche einen Therapeuten in dem und dem Umkreis könnt ihr mir da weiterhelfen und da haben jetzt nämlich schon einige Leute einen Therapieplatz relativ schnell gefunden die sonst ziemlich lange danach gesucht haben also das mal noch so als zusätzlicher Tipp für dich und bei allem was du aus dem Stuhlgespräch mitnimmst bei all den wichtigen Punkten die du vielleicht äußerst und rauslässt bei allem Wichtigen, was du an neuen Blickwinkeln erfährst was an Themen aufkommen was du vielleicht als Impuls für dich mitnimmst schreib das wirklich auf schreib es auf das kannst du einmal notieren während dieser Gespräche dass du vielleicht nebenbei immer mal Stichpunkte aufschreibst wenn sich das gut anfühlt oder direkt im Anschluss, dass du nochmal reflektierst ok auf Position 1 auf den Sitzplatz 1 wie habe ich mich da gefühlt was habe ich geäußert was waren wichtige Punkte für mich was waren vielleicht Erkenntnisse dann mein Gesprächspartner was ist mir da aufgefallen was war da besonders wichtig für mich was hat sich da ergeben auch dann nochmal als Resümee vielleicht wie hat sich das ganze Gespräch für mich angefühlt was konnte ich für mich mitnehmen was möchte ich vielleicht das nächste Mal noch adressieren oder das nächste Mal anders machen etc pp es ist ich finde es super wichtig solche Dinge immer wieder aufzuschreiben zu protokollieren einfach weil wir auch dazu neigen Dinge zu vergessen weil uns sowas aber auch helfen kann in Situationen oder in Momenten wo es uns nicht gut geht wo uns sowas schwer fällt weil es vielleicht ein toller Werdegang ist den wir verfolgen können wenn ich zum Beispiel mehrere Gespräche geführt habe vielleicht auch über eine längere Zeit einfach zu gucken wie sich das entwickelt hat ja also du musst es natürlich nicht machen aber ich empfehle es ich finde es wirklich super super hilfreich und ich wünsche euch erstmal einen ganz 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 tollen Tag ich werde gleich noch ein bisschen die Murka kuscheln die jetzt immer häufiger in Videos auftaucht generell auch Murka ist unfassbar aufgeblüht jetzt mit den beiden neuen kleinen Katzen sie ist so viel spieliger geworden sie ist so viel zutraulicher geworden und sie sitzt immer mittendrin statt nur dabei ganz 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 toll und guckt auch schon wieder zu den Vögelchen die da oben auf dem Fernseher sind wir wünschen euch einen ganz ganz tollen Tag und bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video